Was schon sehr cool war, war dieses Leder und Schwan, praktisch als Pop-up-Kaffee-Bar auf dem Areal vom Lederer. Wie fanden Sie das? Ich fand es pfiffig und vor allen Dingen mutig von den jungen Leuten. Und die haben bestimmt nicht viel Geld verdient, aber es hat ihnen Spaß gemacht. Und damit ist den Besuchern eigentlich wieder klar geworden, was für tolles Areal, was für Ausblick an dieser Stelle ist, was für Potenzial da ist. Das ist eigentlich für ein Hotel der beste Platz, den man sich vorstellen kann. Super, vielen Dank.